Ahoi Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Vanilla, altbekanntes Territorium. Äh, ja, ich werd hier weitermachen. Oh, ja, direkt Doppel-Pull, nehm ich mal an, dass der Kerl da jetzt auch gleich kommt, ja. Triple-Pull sogar. Beide Level 35, das wird interessant werden. Also mit dem Pad sind's halt drei Level 35er. Ja, praktischer Zufall, dass ich jetzt nicht da geworden bin. Guck mal, ich hab dem nicht einen Hit verpasst. Nicht einen einzigen Hit. Und dennoch brauche mein Pad gefühlte 20 Jahre, um Agro zu ziehen. Das ist so lächerlich, wie lange ich brauche, um den Tiger da zu erledigen. Wenigstens gibt er noch genauso viele Erfahrungspunkte wie auch die Main-Mobs hier. Leider kann ich weder Kirschnern noch looten. Das ist dann in der Hinsicht immer ein bisschen ärgerlich, aber nehmt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenigstens kann er sich nicht heilen in der Kürze. Da bin ich komplett in die Patrouille hier reingelaufen. Aber jetzt macht sich mein Level-Up bemerkbar. Und so viel Erholungsbonus habe ich auch nicht mehr. Bis hierhin geht's noch, dann ist es vorbei. So, ja, lass essen. Inventory sieht noch ganz gut aus. Pfeile auch noch. Hier sind ganz schön viele Patrouille-Mobs. Eine Millisekunde zu spät. Gott, jetzt kriege ich aber gerade viele verschiedene Seiten hier. Da ich ja Mana, also süßen Nektar habe, kann ich auch ein bisschen rumasen mit meiner Mana. Und deswegen habe ich gerade zum Beispiel auch Multishot zum Auto-Hit-Reset benutzt. Ich glaube, das kann ich bringen. Einzige, was mir jetzt hier wirklich noch großartigen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre Allianz. Aber er hat keinen Bock zu weinen. Oh. Oh. Ich muss näher ran. Aber dann haben wir uns schon wieder weg. What? Wieso wird er denn hier wieder... Ich weiß nicht, was das da ist. Also manchmal ist es so ein bisschen buggy. Ich bin außer Reichweite. Das wird mein erster Kopfjäger sein. Ich weiß gar nicht, was die beide da wollen in dieser Richtung. Oh, er droppt sogar zwei Schrumpfköpfe. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht wirken. Die Patrouille wollte ich da verzichten. Der wollte ich ausweichen. Das läuft doch gut. Das lädt immer noch auf. Der kriegt jetzt erstmal ein Stück Fleisch. Ich regeneriere. Der hat übrigens gerade nur einen Schrumpfkopf gedroppt. Das läuft gleich. Nein. Boah, der ist stark. Ja, stark. Vielleicht kann ich mit dessen Hilfe... Das Ganze abschließen. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. Ach, das ist der gar nicht. Das ist ein anderer. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Das sind anscheinend ein bisschen viele jetzt hier. Der Krieger ist aber echt stark. Und obwohl Allianz und Horde hier nebeneinander kämpft, greifen uns gegenseitig nicht an. Das ist ziemlich cool. Das ist ganz cool. Ah, me too. Headhunters. Ich wusste gar nicht, was Kopfgeldjäger auf Englisch heißt. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Hat mich gerade sogar gehittet, der Mistkerl. Aber das mit seiner Hilfe macht es wirklich sehr viel einfacher. Normalerweise hab ich ja immer gesagt, eigentlich nicht so Teamwork. Während des LPs. . und wer jetzt noch da bleibt. Ich saue hier noch nicht. Es ist es quasi schon. Es ist ein anderes. Ich saue hier. Ich saue hier mal nicht an. das ist ein anderes Produkt. Wie ich sie ja. Oh, was war das gerade für ein Schaden? Junge, Junge. Ich glaube, hier unten sind keine Kopfjäger, oder? Doch. Nein, ich... äh... sind die 15 Minuten jetzt sogar schon rum, aber ich bleibe jetzt erstmal nochmal in der Gruppe und beende den Part nicht, bis sich mal unsere Gruppe auflöst oder ich fertig bin. Das lädt immer noch auf. Ah, der hat einen. Drei Stück. Hm. Hm. Ich brauche noch weitere Kopfjäger. Ja. 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 Ich merke schon, dass er mehr Schaden macht als ich, aber... trotzdem hat er durch mich den Vorteil zum Beispiel, dass mein Pad die ganze Zeit Abo zieht und er... nicht die ganze Zeit regenerieren muss, das ist... schon eine Win-Win-Situation. Ist nicht so, dass er mich jetzt hier durchzieht. Ist nicht so, dass er mich jetzt hier durchziehen will. Ja. Ja, der hat einen schönen Schaden gerade gemacht. Ich muss zuerst etwas anwiesen. Ja. 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 Zwei fehlen mir noch. Ja. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich muss ihm auf jeden Fall noch eben kurz gleich helfen, wenn er nicht vor ihm fällig sein sollte. Kann ich noch nicht wirken. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche ein Ziel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nicht genug Mana. Das ist zu weit entfernt. Ein bisschen Fülllevel. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Ich meine, der hat die Hälfte oder was? Also ich helfe ihm jetzt auf jeden Fall noch. Kann ich noch nicht wirken. Mein Mana ist zu niedlich. Das lädt immer noch auf. Ich brauche mehr Mana. Oh Junge. Das ist immer so knapp. Das ist immer noch auf der. Ei, ei, ei. So. Gut. Schön. Dann war es das an dieser Stelle mit der Folge. Das war sehr funktionabel, sehr erfolgreich, was wir hier geschafft haben. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter mit WoW Vanilla. Macht's gut. Bis dahin. Ciao Kakao. vor dermaats知er. Und auf dir. ImouchHow 게ist zu verlehen.